Hallo und willkommen zum Boss-Guide von Kologan. Bei diesem gibt es keinen Hard-Mode. Ihr benötigt im 25er drei Tanks. Der Boss steht stationär an seinem Fleck und kann nicht bewegt werden. Kologan hat drei verschiedene Hitboxen. Sein rechter Arm, sein linker Arm sowie der Boss selbst. Die Arme werden allerdings aus der Perspektive von Kologan beschrieben, was bedeutet, dass sein rechter Arm bei uns auf der linken Seite und der linke Arm auf der rechten Seite zu finden sind. Ein Tank muss immer am Boss stehen, sonst bekommt er komplette Raid-Schaden dank seinem versteinenden Atem. Wenn der rechte Arm am Leben ist, schnappt er nach einer gewissen Zeit einen zufälligen Spieler, Stunt diesen und verursacht Schaden. Der Spieler kommt erst wieder frei, wenn der Arm zerstört ist. Aus diesem Grund ist sein rechter Arm immer Prio Nummer 1. Wenn dieser zerstört wurde, verschwindet der Arm für 60 Sekunden und erscheint anschließend wieder. Es erscheint zudem nach dem Zerstören des Armes kleine Fels-Elementare, welche von einem Tank eingesammelt und etwas an die Seite gezogen werden sollten. Teilt hierzu einen Hexer mit Saat ein oder zündet zum Beispiel als Eule euren Sternenregen. Ein großes Problem sind die Ads allerdings nicht. Sie dürfen nur nicht in der Nähe des Main-Tanks getankt werden, da sie mit Stein-Nova den einkommenden Schaden aller Ziele erhöhen. Mit dem Zerstören des Armes zählt er dem Boss zudem 15% Leben ab. Jetzt macht er für 60 Sekunden direkt Schaden am Boss, bis der rechte Arm wieder erscheint. Dann wieder sofort Damage auf den rechten Arm. Dieser ist wie erwähnt immer das erste Ziel. Zudem schießt er fokussierende Augenstrahlen auf den Raid, welche einen Spieler verfolgen. Rennt von diesen unbedingt weg. Des Weiteren müsste zwecks seiner Fähigkeit Überkopfkracher regelmäßig den Tank wechseln. Diese macht Schaden und verringert die Rüstung des aktuellen Tanks pro Stack um 25%. Überkopfkracher kann allerdings ausgewichen oder pariert werden, spottet ab zwei Stacks den Boss ab. Jedes Mal, wenn ein Arm zerstört wird, bekommt der Tank automatisch einen einarmigen Überkopfkracher ab. Dieser macht wenig Schaden, verringert jedoch ebenfalls die Rüstung um 25%. Der linke Arm wird wie erwähnt komplett ignoriert. Er macht auf den ganzen Raids eine Schockwelle, welche Naturschaden verursacht, kann aber ohne Probleme gegengeheilt werden. Stellt zudem am besten ein Naturwiderstandstotem, um den Schaden zu minimieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube Mitglieder, für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.